Let's go, Leute. Mr. Beast World endlich beerdigt. Auf geht's. In-game. Bruder, für den Reaction-Kanal, bitte. Er hat mir Discord ausgeklärt, die haben schon gecheckt. Egal, egal. Oh, mein Rücken ist schenken. Hä, sieben Tage? Bro, wie scheißt er? Na. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe sehr viel überestimiert, wie hart das wäre. Und mit dem, der Challenge hat angefangen, dass ich hier in den nächsten sieben Tagen befestigt habe. Es hat den Jungs so lange gedauert, dass ich bereits zu spüren und die Challenge hat gerade angefangen. Falls ihr fragt, wie ich das Wasser hier benutze, dann... Okay, ja, pissen, okay, easy. Einzelne Chat, wenn ich das auch machen soll, ohne Nahrung und ohne Sauerstoff. In-game. Das hier ist für Stigi Chat, schreibt die mal bitte, dass ich das habe. Oh, das ist echt klar, das ist gut. Oh, das ist echt klar. Das ist gut. Jimmy, kannst du das hören? Schauen wir mal. Das ist crazy, oder? Das war radial, der Fortrat, radial. Er wird ja nicht sterben, oder? Glaubt ihr, das ist for real, for real? Also das ist real, real? Und vor allen Dingen hat er gewixt? Was denkt ihr, Chat? Ist da ein Fly in hier? Das Ziel ist, dass ich so viel durch diesen Challenge als möglich bin, für meine eigene Sanität. Oh, schau an ihn. Er sieht so gut aus. Jimmy Jam! Alle spielen sich ein, Riwi guckt MrBeast. Digga, das ist für mich ein Mental Reset, ich bin da. Hoffentlich hat sie nicht die Koffe verbreitet. Meine Strategie während diesem Video war, die ganze Zeit zu schlafen. Ich habe komplett vergessen, meine Freunde werden mich anreißen und nicht zu schlafen lassen. Das wird schlafen. Sieben Tage ist krass. Ich habe die langen Koffe verbreitet. Au! 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 Ich habe einfach die Koffe verbreitet. Mission complete. Dein Junge hat Koffe. Das ist unser Essenbriefcase. Lass uns das MRE mal probieren. MRE stand für ein Meal-Ready-to-eat. Bah, Digga, die sind so ekelhaft. Die Jungs, auf der anderen Seite, grillten Steak und feistenen auf meinem Graf. Digga, ist das gottlos, aber wenn meine Jungs so nicht sind, dann will ich sie nicht. We're gonna eat MREs for the rest of the time we're out here. Really? Yeah. No. I literally heard Tariq in the background say no. Ich kann nicht mehr sprechen, Jawbreaker. Man verliert ja so viel Muskelmasse, oder? Also man wird ja, man wird ja so richtig wagt da drin. Vor allem wenn man die ganze Zeit liegt, ist das richtig schlimm. Danke Gott, ich bin so fasziniert. Einen Sekunden! Oh, wow! Was hast du getan? Das hat mich eigentlich erschrocken. Kannst du mir zumindest Semi-explain, was du machst und sehen, wie mein Leben auf der Linie ist? Okay. Unfortunately, the boys are incapable of explaining anything. What they've done is they've stuck a pipe all the way down to my grave, vacuumed the dirt out of it, just to take this surgical wire camera and feed it down and look at me suffer. What the fuck? Yeah, that's what happens. That's what happens. It's time to go in. This is so surgical. What is this? Ich glaube, Mr. Bist eigentlich stabil gewesen eine Zeit lang. Oh, that fly on my leg freaked me out. Get away from me. I wanna hold this steady. Just keep looking. Oh, move your... Ah! Oh, we see you! Teeega. Have fun. Good night, Jimmy. And when day two was coming to a close, the boys left me to go spend time by their RV. And being the understimulated man I was, I thought it'd be a good time to crack into their essential... Sascha, kurze Frage, guck mal. Wenn du sieben Tage beerdigt wärst, ne? Würdest du dir einen runterholen, obwohl die Kamera alles sieht? Nein. Ja, aber Bro, es ist ja wichtig fürs Mantle, nicht? Wenn wir so ein Video mit den Allerjudsten drehen wollen würden, und dich sieben Tage beerdigen wollen würden, und nur ich die Kameraaufnahmen vorher sichten darf, würdest du dir dann einen runterholen? Auch nicht. Okay, schade. Was sagst du? Andersrum. Andersrum? Digga, ihr könntet mir 24 Stunden dabei zuschauen, wie ich mich da unten mit Kokosöl richtig einreibe, Digga. Verstehst du, was ich meine? Der Sarg wird später so hoch gefüllt sein. So'n Ding. Warte, er öffnet die Karte. Ist das Nolans Mutter? Ich habe ein Foto von deinem... Na! Na! Ja, okay, jetzt, wo er das Foto von der Mutter hat, muss er sich einen runterholen. Es geht nicht anders. Nolan, ist das deine Mutter? Oh mein Gott, sie ist auf seinem Kopf. Oh mein Gott! Was ist das? Besonders, dass diese Bilder verloren verloren hat, wenn ich diese Challenge hätte, was ich denke, würde ich zufrieden, wäre es nicht, dass die Untergrund auf dem Boden aufzuhören, Rückenschmerzen, 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 Rückenschmerzen und Rückenschmerzen. Vielleicht eine Rückenschmerzen. Und natürlich, du kannst dir sagen, das ist schon ziemlich hart für mich. Aber wie es normal ist, du besser bettest, es wird viel besser. Es regnet wirklich hart. Digga, wenn das Wasser reinrollt. Warte auf. Warte auf. Wir müssen auf Jimmy schauen, dass er nicht zerbaut ist. Ich bin eigentlich ein bisschen konzert. Aber... Das sieht viel mehr als ein Funeralesk. Du denkst, das Wasser ist schwerer? Das Wasser plus Wasser ist schwerer. Digga, nein. Jimmy! Das muss ja auch wasserdicht sein. Guck mal, ich möchte kurz eine Sache sagen, Chat. Neben mir steht gerade mein Red Bull Athletenmanager, okay? Ich bin ja Red Bull Gaming Athlet und ich bin ja hier auf einer Lahnparty. Zum Performen. Ich gucke mir gerade das neue Vista Vista Video an. Würdest du sagen, dass das die Vorbereitung ist, die man braucht als Red Bull Athlet? Was ist denn das für ein Video? Der wird noch lebendig beerdigt. Ist gut, oder? Also wenn du das überlebst, dann schaffst du alles und das... Kann man übertragen dann, ne? Kann man ja auch nur überleben, wenn man mental am Start ist. Das kann ja nicht jeder. Mar-Driller. Mar-Driller. So haben wir es. Start, start. Oh nein. Oh nein. Is someone drilling? It's one of those days. I don't even have my pants on yet and things are already getting crazy. What the hell, bro? Jimmy, can you hear us? What are you doing up there? There are currently 15 Speakers on top of your grave. Ah. So if I had to guess, Chris is about to play stupid games. Jimmy, it's a party up here! Oh my... Woah. Yo, my coffin's actually shaking. Jimmy, there's an earthquake! Oh my god! Wait, what is that? I just noticed, there's an unscrewed bolt on the side of my coffin. His screws came loose in the coffin. From the base? Are you kidding me? Literally from the base. Should I be concerned this wasn't screwed all the way in? Max it out! Woah! What the heck are you doing right now? I'm vibrating! Oh, these vibrations are kind of hurting my head. Oh, why is there flowers in my head? I'm freaking out. Okay, let's go dig a tunnel! We're gonna start the tunnel right here and dig all the way into Jimmy's coffin. Why? Why? We have the speakers blaring noise so that he doesn't hear us digging. I've got an idea. We'll play construction noises over the speakers so that way he doesn't hear the excavator. There's a loud noise and no one's answering over the walkie. So either I'm about to die. It's like playing a video game. Or they're about to do something dumb. Except that you could accidentally kill somebody. I've officially crossed the 50-hour mark. No joke, that's wieder so'n Video wie früher. Das fühle ich extrem. So diese Sachen, wo er so riesige Tournaments irgendwie macht um Geld. Find ich nicht so geil wie das hier. Das find ich viel, viel geiler irgendwie. Keine Ahnung warum. Irgendwie... Irgendwie kickt mich das mehr. I've been buried longer than I was last time I did this challenge. I promised my doctor that I would move every day so I don't get blood clots. Cause apparently laying down... Das hab ich für Stegi geholt. Das hat Sascha von Marc Gebauer für Stegi. Parfüm. Echt? Bro, du nicht wieder abziehen, Robert. Bro, ich seh schon wieder in deinem Blick, dass du wieder klauen willst. No joke. Der Typ, man. Er muss ja auch stinken wie Scheiße. What the fuck? I'm gonna do my best not to think about the fact that I could die when I stand up in a couple of days. Chris! Go few feet deeper! I'm not sir. For real, würdest du dich beerdigen lassen? Was? Würdest du dich so einbuddeln lassen? Ja, ich würde das packen. Würdest du, wenn du dich einbuddelst, dir einscheuern? Nein. Würdest du dir einscheuern, wenn die Kamera von dir nur gesichtet wird und du das rausschneiden kannst? Nein. Glaubst du, du würdest das packen? Jetzt mal unter uns. 7 Tage? Ja. Bro, ich hab schon viel länger mit Depressionen rumgelegen. Natürlich. Ja? Ja, for real. Natürlich. Ich sag, du schaffst das nicht. Meinst du nicht? Ich glaub, das Schwierige ist so... Doch, ich hatte doch gerade hier mit Kreuzband. Ich lag nur rum. Ja, aber das ist doch komplett aus eigenes, wenn du eingestellt bist. Ja, aber da hab ich keinen Stress mit. No joke. Ja? Stell dir vor, du gehst da runter und machst daraus eine Hotbox. Wär auch nicht geil. Warum? Wenn du sieben Tage dicht bist, schlägst du einfach durch. Du packst das nicht. Meinst du, du würdest es schaffen, sieben Tage? Boah, das ist schon eine harte Challenge. Also mir trau es nicht zu, aber dir schon. Ich sag auch, bei mir ist es sehr kritisch. Ich glaub, Sascha wird es schaffen. No joke. Sascha, bitte packen sieben Tage. Ja, natürlich. Okay, wie viele Tage schaffst du? Zwei. Für aller justen Video? Zwei Tage? Ja. Vier. Vier, okay. Ich frag gleich Leon, wir machen's. Körperlich ist so krass, Muskelschwund und so. In der Mine. Und dann bringst du die Rear, Theresa. Der Allajuts, ich bin mal selber in so eine Höhle reingegangen. Ja, wie im Zoo hier, mein Gott. Wir sind in so eine Höhle reingegangen, wo man durch solche engen Dinger durchrutschen muss. So eine Lehmhöhle. Das ist krassend geil. No joke. Eine von den weirsten Teilen von diesem Challenge ist, dass es so viele Kameras immer auf der ganzen Zeit auf der ganzen Zeit sind. Oberth Hinken würde ballern. Bei Gott, was rum da unten. Es hat mich nicht die ersten paar Tage interessiert. Aber ich habe diese weirste Gefühl, dass jemand mich immer stört. Und es beginnt zu hören. Hey, die buddeln wirklich einen Tunnel. Gutes Video. Gutes Video. Gute Reaction. Sascha hat mich gerade gefragt, wann ich letztes Mal so viel gestreamt habe. Letzter Stream, der so lange ging. Einen Monat Minimum. Minimum. Craft-Attack-Start. Ja, Bro. Ich bin YouTuber. Nebenberuflich Streamer. Hauptberuflich. Red Bull Athlet. How do I get it back? I'm framing this and keeping it forever. I'm sorry. You've been in this coffin for so long that you forgot about what happened to the channel. Yeah. You almost had 200 million. You're gonna hit 200 million subscribers in that coffin. I wish I could see it live. Digga. Me too, my friend. Oh, nein. Sie gönnen ihn nicht. Na. We're gonna tape this Feasible Bar to Jimmy. Oh, my God. It's so hot down here. Dr. Wezer. Sascha soll selber nicht reden. Haha. Der streamt selber nie. Steht hier im Chat bei mir, Sascha. Steht hier im Chat. Feasible Bar? Hey! Sascha ist hauptberuflich Autosammler. Der hat auch andere Sachen zu tun. Digga. Gebrauchtwagenhändler. Das ist ein weirdes Gefühl. Ich bin sehr leid. Aber ich kann nicht schlafen. Ich weiß nicht. Ich hab das nie gemacht. Und da müsste er sich jetzt richtig schön dann runterholen zum Einschlafen. Okay. Siehst du dich auch in meinem Sarg? Ja, natürlich, klar. Sarg oder ohne. Ich bin sehr leid. Almost there. Ich bin sehr leid. Und dann fährt ganz schnell. Bagger. Obendrüber. Raupe. Alles glatt. Und dann kommt so Techno-Musik. Ihr tanzt auf einem Grab. Alles klar? Könntest du das kurz merken, ja? Das wäre sehr, sehr wichtig für den Fall. Danke dir. Sehr wichtig. Gut, Chat. Merkt's euch bitte. Merkt's euch bitte. Jimmy. We got paintball guns. And we're gonna shoot your tombstone. That sounds fun. Can I jump? Seid wahnsinnig das schon aus wie Monte. Ah! Ah! I don't even know what to say to them. Jimmy, what have you been doing for fun? Nothing. I'm in mental agony. Have you pooped yet? I have to poop really badly. But I'm gonna see if I can hold the day for the next two days. I don't know why. But I have no motivation to do anything. Bro, er war 7 Tage in die Scheißen, holy shit. Nah! And because going to the bathroom down here is so difficult. Don't ask me how. But I accidentally got some pee on my shorts. No. I'm cutting off the part of my shorts that are infected. Sorry for how short. Hey, wenn er weiter sollmacht, liegt er da gleich im String-Tanker. Jimmy, we're here to celebrate. We're almost at 200 million subs. Well, what's the estimate of when we hit it? How long? I'm not a rocket scientist. What does he want from us? So krass, dass das für ihn... Das ist für ihn zu casual soweit. 200 million subs fehlen noch 50.000, man. Mir geht's besser, ja. Mir geht's besser, ja. Nah, Lil Bro macht Placement im Sarge, ich kann nicht mehr. Das ist ein guter Punkt. Verizon 5G Home-Internet ist genau wie es so aussieht. Es ist ein wireless-Internet für deinem Home. Das läuft aus Verizons extrem schnellen 5G-Ultra-Wideband-Network. Und wenn sie gefragt haben, ob sie dieses Video sponsern können, ich fragte, ob dein Internet funktioniert 10 feet underground. Wir drehen es jetzt. Nice. Okay, ich bin verbunden. Und jetzt sehen wir uns zu 200 Millionen. Ist das krass, Digga, dieses Placement. Ist das krass. Es funktioniert. Selbst wenn ich 10 feet underground, kann ich meinen real-time Subscriber-Gown. Der Typ blieb sieben Tage rum und verdient damit Millionen. Das ist verrückt. Ich meine, ehrlich gesagt, ja. Und du kannst es für so hoch als 35 Dollar pro Monat. Also, wenn du eine der schnellsten und regelmäßigen Internet auf dem Planeten möchtest, geh auf MrBeastVerizon.com und du sagst in deinem Adress. Und es wird dir sagen, ob es in deinem Bereich gibt. Und jetzt fokussieren wir uns auf das 200 Millionen Subscriber-Goal. Wir sind so... Du musst hoch, Sascha. Kannst du meinen Snooze in der Zeit nehmen? Deinen Snooze? Bro, was? Digga, Willi hat angefangen, glaube ich, fast gekotzt. Bevor das war ich nur ein randomer Typ in Nebraska. Und jetzt ist nur ein randomer Typ in Nord-Carolina. Ich war nur ein randomer Typ in Nebraska. Karl, das ist ein hartführendes Moment. Nein, Nolan. Es ist verrückt, dass wir immer noch darüber sprechen, dass wir an einer Lunch-Tabelle sitzen und jetzt... Krass, Digga. Krass, krass. Freut mich, no joke. Krass, krass. Ich möchte nur sagen, es ist ein Ehre, mit jedem arbeiten zu arbeiten. Lass uns noch mehr Gäste. Und endlich. Chandler, kliess uns auf. Als erstes angefangen zu arbeiten, da waren es etwa 7 von uns. Und ich war der Janitor. Und jetzt sind wir bei 200 Millionen Subscriber. Und jetzt sind wir bei 200 Millionen Subscriber. So krass. Ich habe Videos, als ich war 11. Ich bin 25. und ich habe nie in einem Millionen Jahren gedacht, dass der Kanal so groß wird. No joke, schön. Schön. Krass, krass, krass. Der Typ hat es einfach geschafft, für YouTube alles durchzuspielen. Der ist der krasseste Motherfucker, wenn es darum geht. We did it! I think it's unfortunately time that we unplug you now. Wait, hold up, hold up. I haven't even gotten a chance to call my girlfriend yet. Yeah, we got you. We got you for sure. Alright, bro. We'll get me right here, okay? You just finish that call. Come on, plug you back in. I just wanted to say, like, just two minutes so my girlfriend knows I'm alone. Let's go eat! Alright! Das ist mies depressing da unten, glaube ich. Ich glaube, man wird dumm. Oh nein, er weint. Maybe, weil du isoliert bist, Bruder. Was für ein Macher. Was für ein Macher. Was für ein Macher. Na, Bro, fett ab. Ich bin mir gut, mit euch zu sprechen, mit euch zu sprechen. Aber ehrlich gesagt, ich habe keinen Willen, zu sprechen. Ich will nur weg. Ja, er ist nicht weg. Ja, er ist nicht weg. Ja, natürlich wird man verrückt. Natürlich. Ich kriege ja Klo. Pissen, Flasche, Kacken, gar nicht. Und so, wenn ich mich wehre, ich esse eine dieser Machen und dann schiebe ich in diesem Bagel und sie schiebe. Ich weiß nicht, dass es zu viel Information ist. Diese Challenge ist schrecklich. Und ich will weg. Ich war so schlecht, dass es nur eine Sache in diesem Welt war, die mich aufzuhören könnte. Ich habe jemanden. Würdest du dich vom Mr. Beast durchrammel lassen? Blödmann 6? Nein! Meine Eltern? Oh! Krass, krass. How's it going? Lol, sein Dad sieht genauso aus wie er. Can you talk about Nolan's mom at all, since you've been down there? Uh, no, not whatsoever. And the picture? Uh, I don't know what you're talking about. More importantly, do you guys have something super embarrassing you could tell us about Nolan? Ah, wait, wait, wait. Jimmy, there are so many. That will instantly make this challenge so much better. He told us he was going to prom, but he actually just went to the neighbors next door for a little bit. Oh-ho! We'd like to see you bring a girl home for Christmas. I have premium, but I'm not with my phone number. Because I know the comments section is going to go crazy. I hate Jimmy. My mom has one more question. Hit me. Alright, now you walk away. That's how it works. Did he throw the walkie again? I know all of you like to sleep in, and you don't like getting up early, I don't care. In exactly 12 hours, I need you all to start digging, okay? As long as we wake up for our alarms, we'll be good. What would you do if when I stand up, I get blood clots and just die on the spot? I'd know where to put you. See you in 12 hours. Was? Du musst gleich wieder hoch mit der Mario. Nein, ich guck am MrBeast-Video. Ja, erst in 10 Minuten. Oh, Digga. Ich bin hier am arbeiten. Hör mal auf. Sorry, I don't know why I'm tearing up. I don't think I've ever been more excited for anything in my entire life. I can't wait to see the sunlight tomorrow. I'll see you guys in the morning. This is gonna be awesome. So, laying down for my final night. All I can think about is whether or not... Chuxi, danke für die 5 gifted Subs. Dankeschön, Bruderherz. Kuss, kuss, kuss. Dankeschön für die 5 gifted Subs. Danke, danke, danke. Kuss, kuss. Sag nochmal. Ja, sag nochmal kurz. Hey Leute, falls ihr gerade noch ein Amber zum Prime-Konto habt, dann könnt ihr das jetzt gerne mit euren Twitch-Konto verbinden. Dann habt ihr nämlich Twitch Prime und mit diesem Sub könnt ihr dann sozusagen den Streamer kostenlos supporten, weil ihr bezahlt dafür nichts und ihr kriegt coole Emotes. Man sieht euch schneller im Chat, gell? Und ihr könnt immer ohne Sub-Chat reinschreiben. Ich bin doch immer regelmäßig live. Genau, und du bist regelmäßig live. Immer banger Content. Umso mehr Subs, umso öfter ist er live. Wenn ihr nicht subbt, dann ist er halt nicht live. Deswegen hast du wahrscheinlich auch so wenig Subs. Teufelskreis. Teufelskreis, no joke. Und, Leute, es ist Weihnachten. Ho, ho, ho. Es ist die Zeit der Geschenke. Juhu. Ich bin nach Hause. I know you guys don't like doing manual labor, but can you dig me up? We're getting you out, Jimmy! Danke, dass ihr alle nicht subbt habt. Dankeschön, Chef. Vielen Dank. Dankeschön, Felix. Bring in the Excavator! I bet you when I get out, the first thing they're gonna say is how bad I smell. Jimmy, this Santa Claus looking guy is gonna bring you out now. Paul, I don't care what he looks like. Just get me out of this coffin! Dick! Dick! Jimmy! Hey, das muss so krass sein. Das muss so krass sein. Seine Augen müssen da gar nicht klarkommen. Krass, 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 krass! We did it. The only question that remains now is when I stand up. Am I gonna die of blood clots? We'll find out in just a minute. Das ist krass! Don't drop it on me. Eww, I bet it stinks in there. You guys are predictable. I said that's what you would say. Let's not celebrate until I stand up and don't die of blood clots. At least sit up for a second. But wait, 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 wait. Wait for medic to come down. You feel enough, though. Ah, I don't know. That's good enough for me. Come on up, Jimmy. It's my first time standing in a week. Oh my god, my legs are weak. Oh, I didn't die. Yeah, we're all good. I do feel like a rush of blood to my head, though. That is actually a crazy feeling. Thank you, chatgrounds about. Just above ground. Oh, wow, there's something. Krass. Gutes Video, no joke. So unfassbar stark. Hä? So, ein cooles Video. Richtig, richtig stark. Stark, stark, stark. Good one, good one, good one. Natürlich, natürlich, klar. Er musste noch irgendwas in die Luft sprengen. Er kann nicht anders. Digga, er kann nicht anders. Ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht anders. Stark, sehr, 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 sehr nice. No joke.